Bleiben wir aber in der Gegenwart sowie in der jüngeren Vergangenheit. In seiner jetzigen Generation geht der Galaxy seit 2015 in einem sterbenden Segment auf Kundinnenfang. Seit 2019 in der gelifteten Version. Im Februar 2021 machte Ford den Van Dan wirklich einzigartig und steckte einen 2,5 Liter Benziner unter die Haube. Der gemeinsam mit einem Elektromotor die Vorderräder über ein stufenloses CVT-Getriebe antreibt. Das macht dieses Derivat zum schillernden Einhorn im Galaxy-Line-Up, das ansonsten ausschließlich von Dieselmotoren beherrscht wird. Ein hubraumstarker Vierzylinder und ein E-Motor klingen dabei erst einmal nach einer Kombination. Die es spielend mit einem Selbstzünder und mit 1,9 bis 2,0 Tonnen Leergewicht aufnehmen kann. Und Ford attestiert dem Antriebsstrang eine Systemleistung von ausreichenden 190 PS. Anhand des Drehmoment lässt sich jedoch erkennen, wo der Hund begraben liegen könnte. 200 Newtonmeter sind maximal nur möglich. Bei 4.500 Umdrehungen pro Minute. Die Diesel sind fast doppelt so stark und die Kraft setzt zudem 2.500 Touren früher ein. Doch so charakterschwach die Daten auch klingen mögen. Mit 10,0 Sekunden für den Standardsprint auf Tempo 100 und einer Höchstgeschwindigkeit von 182 Kilometern pro Stunde reiht sich das Hybridmodell ziemlich unauffällig in die Riege der Diesel-Galaxies ein. Und was sollen wir sagen, wenn wir jetzt eine Familie zu transportieren hätten, würden wir uns über keinerlei fahrdynamische Einbußen ärgern und uns im Gegenzug eher über andere Eigenheiten des teilelektrischen Antriebs freuen, die den Diesel schnell vergessen lassen. Die Zeichen stehen auf Komfort, leisem Komfort. Das CVT-Getriebe ist eine Entwicklung von Ford und simuliert Schaltvorgänge. So bleibt der Gummiband-Effekt aus und der Galaxy fährt sich wie ein normales Automatik-Auto. Dabei kommunizieren nicht nur die Motoren und das Getriebe sehr gut miteinander, sondern auch die beiden Motoren untereinander. Das Umschalten zwischen Elektro-, Benzin- oder Mischbetrieb funktioniert ruckfrei und unmerklich. Nett ist, dass der Benziner relativ früh und wann immer möglich abgeschaltet wird. Kurze Strecken rein elektrisch unterwegs sein, klappt, wenn es nach Ford geht, ebenfalls. Allerdings beschränken sich die Distanzen eher auf wenige Meter beim Anfahren. Neben den normalen Technik-Spielereien um Assistenz, Konnektivität und Infotainment, die wir alle bereits aus den anderen Galaxy-Modellen bzw. von Ford im Allgemeinen kennen, bietet der Hybrid-Fun intuitive Funktionen, die bei der Überwachung und Optimierung der Kraftstoffeffizienz unterstützen sollen. So werden hinter dem Lenkrad Empfehlungen für den besten Bremspunkt mitgeteilt, um die maximal mögliche Energie in den 1,1 Quacu zurückfließen zu lassen. Ein EV-Coach zeigt zudem an, ob sie batterieelektrisch oder hybrid unterwegs sind. Laut WLTP-Zyklus sollen so 5,8 bis 5,9 Liter je 100 Kilometer realisierbar sein. Die Diesel werden mit einem ähnlichen Niveau angegeben. Anscheinend haben wir uns aber nicht ausreichend vom EV-Coach instruieren lassen. Denn wir kommen bei normaler Fahrweise und lediglich einem Höchstgeschwindigkeitstest auf der Autobahn auf mindestens 7,9 Liter laut Bordcomputer. Ebenfalls realistisches Diesel-Niveau und irgendwie okay bei der Größe. 44.100 Euro verlangt Ford für den Galaxy Hybrid in der niedrigsten Ausstattungslinie. Trend. Und damit genauso viel wie für das Modell mit 1,9,0 PS Diesel, 8-Gang-Automatik und Frontantrieb. Als Titanium mit dem Beinamen der Komfortable sind 47.500 Euro nötig, um ihn beim Händler auszulösen. Damit ist der Galaxy dann auch gut genug für den Familieneinsatz ausgestattet. Nur LED-Scheinwerfer, dunkel getönte Seiten und Heckscheiben sowie das große Navi mit 8-Zoll-Touchscreen würden wir dann eventuell noch extra ordern. Wirklich stylisch wird das Fahrzeugkonzept, Fun, in diesem Jahrtausend wohl nicht mehr werden. Aber es wäre trotzdem ziemlich bedauerlich, wenn dieses Segment irgendwann verschwinden würde. Der Galaxy gibt deshalb nicht nur uns, sondern vielmehr allen Familien Hoffnung, die unglaublich viel Platz über SUV-Maßstäben, sieben Sitze und eine hohe Flexibilität im Innenraum wünschen und dabei kein Nutzfahrzeug, sondern ein PKW-Fahrverhalten bevorzugen. Dass man dabei nicht auf alternative Antriebe verzichten muss und wenn's statt Diesel auch Vollhybrid können, beweist der einzigartige Ford ebenfalls. Komisch, dass er keine Konkurrenz hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020